Das heißt, man steht morgens auf und fällt nach der Arbeit ins Bett, das ist so und ich habe das früher auch schon gemacht, ich war immer selbstständig, ich kenne es gar nicht anders, also ja, manchmal hätte ich auch gerne Urlaub, aber dann irgendwie auch nicht. Moins und was geht ab, hier ist die Energy YouTube Show mit Mr. Trashpack und bei mir zu Gast habe ich heute Honigball. Hallöchen. Hi, stell dich aber erstmal vor, wer bist du und was machst du auf YouTube? Also, mein Name ist Isabel und Leute kennen mich unter Honigball oder Honigball und ich bin YouTuber und mache da ganz viele Gameplay und Unterhaltungsvideos und auch Malvideos, irgendwie von allem so ein bisschen übertrieben viel. Angefangen hast du mit Let's Plays? Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Oh, ich glaube, das sind jetzt sieben Jahre, also irgendwann hört man auf zu zählen. Ja. Tatsächlich, ich müsste nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, es geht jetzt ins achte Jahr und ich habe zwar vorher schon mal so kleine Tutorials, so Zeichentutorials gemacht, aber nicht so ernsthaft, dass ich gedacht habe, okay, jetzt setze ich mich da hin und versuche jeden Tag Content zu bringen. Seit wann machst du jetzt wirklich wöchentlich oder beziehungsweise täglich Content? Ich glaube, seit fünf Jahren ist das wirklich fast täglich. Also, da fällt dann mal was aus, wenn ich krank bin oder wenn irgendwie mein Computer explodiert, was auch irgendwie einmal die Woche passiert. Aber ansonsten, ja, fünf Jahre. Also, ich weiß zwar nicht wie, aber ... Ja, wie viele Videos machst du täglich? Eins da oder zehn? Also, es ist unterschiedlich zwischen drei und sechs Videos und es gibt auch Tage, da landen dann echt mal acht Videos, weil eins auf dem anderen Kanal landet, den auf dem Zeichenkanal landet und dann passend irgendwas Wichtiges auf dem Gaming-Kanal und dann kommt irgendeine Review raus und sitze ich da und denke mir so ... Und die schneidest du dann aber auch nicht alle an einem Tag, sondern ... Ja, so ein Flow weg. Also, teilweise direkt nach dem Aufnehmen, weil ich dann einfach weiß, wo ich noch cutten wollte, was ich noch machen wollte. Man arbeitet sich quasi so von Video zu Video und deswegen habe ich auch nie feste Zeiten, wann die Videos online gehen. Was kann ich nicht sagen? Vor allen Dingen nicht, wenn mein Computer zwischendrin wieder explodiert. Ah, scheiß Technik. Ja, ist so. Ja, genau. Das ist halt so die Frage. Wie schafft man das, so viel Content rauszuhauen? Also, die Mischung macht es halt. Ich habe halt viel einfachen Content, wo ich nicht viel cutten und schneiden muss und dann habe ich doch auch wieder aufwendigere Dinge dazwischen und man muss echt diszipliniert sein. Das heißt, man steht morgens auf und fällt nach der Arbeit ins Bett. Das ist so und ich habe das früher auch schon gemacht. Ich war immer selbstständig. Ich kenne es gar nicht anders. Also, ja, manchmal hätte ich auch gerne Urlaub, aber dann irgendwie auch nicht. Also, du bist wirklich selbstständig und machst das auch hauptberuflich? Ja, tatsächlich. Krass. Du hast ja eben erzählt, noch nie richtig einen Job gehabt. Was könntest du dir vorstellen, Richtiges zu machen? Das Richtige, so das Schöne mit dem Angestellten und stressfrei und ja, oh ja, das wäre auch mal ganz nett. Also, entweder, ich würde gerne wieder in einer Werbeagentur arbeiten. Ich habe das immer so nebenbei gemacht. Ich habe mir mal ausgeholfen. Also, selbstständiger, wirst du ja immer mal rangezogen und habe auch schon im Fotostudio selbstständig mitgearbeitet. Das war schon immer sehr schön, so vom Arbeitsflow. Ich könnte mir vorstellen, eine Agentur, Fotostudio oder auch irgendwann mal in einem Netzwerk zu landen. Oder vielleicht irgendwas mit Büchern? Ja, vielleicht auch irgendwas mit Büchern. Also, tatsächlich war das mein großer Traum immer, als ich angefangen habe zu zeichnen als kleines Mädchen noch, habe ich mir gedacht, okay, Kinderbücher selber illustrieren, das wäre echt eine verdammt schöne Sache. Das ist dann halt auch so semi-selbstständig, aber es hätte halt so ein Ziel, an dem man arbeitet und man muss nicht immer so den Berufe hinterherjagen und das fände ich, glaube ich, echt schön. Ich meine, du hast ja tatsächlich jetzt auch ein Buch rausgebracht und zwar mein YouTuber Ausmalbuch. Richtig schönes Ding. Wie bist du dazu gekommen, dieses Ding zu machen? Also, mein Netzwerk kam auf mich zu und hat gesagt so, ey, ja, wir haben hier einen Verlag und wir haben ein paar Ideen, lass mal zusammensetzen. Und das war so ein Brainstorming. Da kam die Idee auf, okay, Ausmalbuch, das mit YouTubern zu machen und ich meinte, okay, ich kenne das noch von früher, von den Conventions. Man hatte sein Conron dabei, man hat Unterschriften gesammelt, die Leute haben was reingezeichnet. Ich wollte quasi das Gleiche übertragen ins Ausmalbuch, weil Ausmalbücher sind ja gerade momentan voll im Trend und das so zu verbinden, so ein Projekt von der Community für die Community, weil ich habe viel mit den Leuten zusammengezeichnet in Livestreams und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und so ein, wie soll ich sagen, so ein Start in ein ganz anderes Medium für mich. Definitiv. Es ist cool geworden, wie viele Leute sind dabei? Wir haben über 30 Leute insgesamt drin. Wir stehen es gerade. Ja, es sind viele Namen aus der Gaming-Branche natürlich mit drin. Ich wollte erst mal halt auch meine Community bedienen mit dem, was sie gerne gucken und habe auch viel rumgefragt, aber es sind auch so ein paar Quereinsteiger quasi mit drin und wir haben auch auf den letzten Drücker ganz aktuelle YouTuber mit reingenommen, die gerade erst so mit hochgeschossen sind und gedacht haben, okay, das passt noch rein, das passt gut zur Community. Und das war auch cool für mich, weil ich musste halt wirklich wochenlang die Videos gucken, um so ein bisschen den Charakter der Leute kennenzulernen, wie sind die drauf, was sind die Insider, wie sehen die überhaupt aus genau und das wäre bei den meisten ganz gut gelungen, ja. Das sind doch alles YouTuber, die du selbst irgendwie magst und verfolgst. Ja, also ich habe da von vornherein gesagt, okay, da kommt aber auch nur rein, wo ich sagen kann, das ist gut, das gucke ich gerne, das mag ich. Mega cool. Ist das Buch schon draußen? Ja, das ist schon draußen, sogar schon eine ganze Weile, seit dem 18.8. Geil, und du hast sogar ein paar Exemplare mitgebracht und zwar für euch da draußen, die könnt ihr gewinnen. Wer das Buch gewinnt, könnt ganz einfach, ihr müsst einfach unser Interview gucken, also das hier, und darunter kommentieren und dann losen wir ein paar Gewinner von den ganzen Kommentaren aus, macht's auf jeden Fall. Was ist für dich so in der Zukunft noch geplant alles? Ich würde wahnsinnig gerne mehr mit meinen Zeichnungen machen, sprich nicht in Richtung eigenen Merch gehen, also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, okay, hier, das verbindet ihr mit mir, sondern ich würde gerne selber Motive schaffen, quasi eine eigene Marke schaffen, wo jemand sich vorstellen kann, okay, das hätte ich gerne auf einer Federmappe oder auf einem Zeichenblock oder halt auf einem T-Shirt, um ein bisschen was Eigenes in die Welt zu bringen von mir, was aber nicht einfach nur branded ist von Honigball, sondern so ein bisschen drüber hinaus schon geht. Also du willst wirklich Artikel erschaffen. Hast du da schon irgendwelche Vorstellungen, was man da jetzt genau zum Beispiel machen könnte oder hast du schon irgendeine Zeichnung oder sowas, wo du dir sagst, das präsentiert mein Brand total gut? Also tatsächlich bin ich auch so ein typischer Katzenmensch, das kennt doch das ganze Internet und das weiß auch jeder und ich hab in Anführungsstrichen Maskottchen, die Katze Mio und mit einer Katze kann man so viel anfangen, auch was die Geschichten angeht, was die Möglichkeiten angeht und ob da irgendwelche Freunde mit dazukommen, sowohl dass es halt für Erwachsene cool ist, weil Motive kann man ja wirklich variieren. In den verschiedenen Stilrichtungen, als auch dass es was ist, was sich Kinder wirklich gerne zulegen möchten. Wann soll es losgehen? Also ich hab die Hoffnung, über den Winter genügend Freizeit anschaufeln zu können, um einfach in die Konzeptphase zu gehen, zu gucken, okay, wie ist das Ganze realisierbar, einen richtigen Zeitplan aufzustellen und das Ganze dann richtig sauber, ordentlich langsam anzugehen. Ich hab's nicht eilig, ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich möchte ja Merch raus, zack, hier, jeder soll das kaufen, sondern wirklich was mit Hand und Fuß, was mir auch vielleicht einen Schritt wieder in einen neuen Medienbereich ebnet. Was denkst du, wie lange wirst du YouTube noch weitermachen und ist dieser Schritt für dich vielleicht auch schon der erste Schritt, was anderes zu machen? Also man kann ja nie sagen, wie lange läuft's überhaupt noch, weil wir sehen an YouTube, es kann jeden Tag quasi vorbei sein, weil sie sich denken, hey, ich hab eine neue tolle Idee, oh, ich hab alles kaputt gemacht. Man muss ein bisschen flexibel sein, also ich war immer selbstständig, ich kann immer noch auf Auftragsbasis arbeiten jederzeit und ich lass das ein bisschen auf mich zukommen, versuch mir nebenbei ein paar Weichen zu stellen. Wenn ich sehe, es ergreift sich eine Möglichkeit, um meinen Job auszuführen, dann mach ich das gerne und ansonsten so nebenbei auf YouTube, also man kann auch neben der Arbeit, wenn man etwas anderes macht oder was Ähnliches macht, was da mit hineinpasst, durchaus immer noch YouTube-Videos machen. Vielleicht nicht so drastisch in dem Maße, was ich auf die Beine stelle. Nicht jeden Tag. Ja. Hast du Tipps für irgendwie aufstrebende YouTuber, die sich sagen, ey, ich möchte auch gerne täglich Uploads machen, aber ich bin vielleicht nicht organisiert genug dafür? Also tatsächlich muss man sich ein Ziel setzen für den Tag, was man erreichen will und so eine Art Stundenplan schreiben. Also ich schreibe mir wie in der Schule einen Stundenplan, was ich von wann bis wann in etwa geschafft haben will, mache mir aber keinen Stress. Also das Schlimmste bei der Sache ist, sich da Druck zu machen, weil darunter funktioniert man als Mensch nicht. Einfach das, was ich machen kann, mache ich, arbeite ich weg, fleißig sein, nicht so viel rumtrödeln dabei. Und dann kann man da schon eine Menge aufbauen durch viel Fleiß. Also das ist nicht immer nur auch Talent oder Können, was dahinter steckt. Mit Fleiß kann man eine Menge Wett machen. Das ist, glaube ich, einfach für alle kreativen Bereiche sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach reinhängt. Ja. Du hast ja bestimmt auch schon mal ein paar schwerere Zeiten auf YouTube durchgemacht. Ich glaube, das hat jeder. Wie hast du dich da rausgekämpft, wenn es mal so einen Tag gab, wo du dachtest, alles scheiße? Also tatsächlich, so ganz am Anfang war man sehr viel abhängiger von den Kommentaren und dem Feedback der Leute, weil es auch nicht der Job war, sondern es wirklich nur Hobby war und man hat damit vielleicht so ein bisschen Geld verdient. Das war ihnen aber total egal. Und man hat einen anderen Wert darin gesehen. Die Menschen waren der reine Wert dahinter. Es war nicht nur so ein Geben und Nehmen, sondern hauptsächlich, man kriegt von den Leuten ein bisschen Energie zurück. Und wenn es dann da mal schlecht lief oder man hat wirklich mal irgendwo ins Klo gegriffen, dann war das schon, das war am Anfang schon schwierig, mal so diese Wertigkeiten umzustellen und nicht immer nur zu glauben, das, was die anderen Leute sagen und über einen denken, ist wahr oder man muss sich nicht kaputt reflektieren, könnte man sagen. Und das hat sich auch drastisch geändert, dadurch, dass sowohl es ein Job geworden ist, aber natürlich mal noch mehr Erfahrung damit hat und die Community ja anders wächst. Gut, bin ich auch vielleicht verwöhnt. Ich habe ja nie so einen Hype gehabt. Großartig. Also wenn man nicht gepusht wird und nicht gehypt ist, dann ist der Hate auch ganz klein, weil man hat halt seine Zielgruppe und in dieser Bubble lebt man und in dem Bereich lebt man und da sind die Leute ziemlich nett und friedlich, habe ich mir so anerzogen, die Leute. Wie hast du es geschafft überhaupt, wenn du sagst, ich wollte nicht groß gepusht, ich habe halt meine Reichweite so generiert. Wie schafft man das, Reichweite zu generieren, ohne vielleicht von großen YouTubern gepusht zu werden? Viele, viele kleinere YouTuber sagen, ja, ey, kannst mich mal pushen unbedingt, weil ich will unbedingt groß werden, ich werde nur so groß. Stimmt ja nicht unbedingt. Ja, also man muss sich festbeißen. Und irgendwann war YouTube neu und da war niemand groß, da gab es halt nur Kanäle mit null Abos und ich hatte halt Glück, ich bin rechtzeitig in die Schiene reingekommen, wo kaum noch jemand Minecraft-Videos gemacht hat und ich hatte halt schon Minecraft-Videos gemacht und das war halt automatisch ein bisschen höher, so in der Zielsuche und ich habe sehr früh immer versucht, Spiele reinzubringen, die die Leute Spaß machen, mir auch angeguckt, was gefällt den Leuten. Sims, natürlich mein ganz großes Steckenpferd, und habe mir deswegen die Community dazu natürlich rangezogen. Und wenn man so sein Ding findet, wenn man merkt, okay, das trifft den Nerv der Leute, da auch dabei zu bleiben, da auch Zeit rein zu investieren, auch wenn man mal keine Lust drauf hat. Also das ist bei mir tatsächlich oft so, dass wenn ich morgens müde aufstehe und mir einfach denke, boah, die Kopfschmerzen heute und jetzt muss ich aufnehmen. Und dann ist es nicht so, man ist spontan fröhlich, sondern man ist einfach, wenn man den Aufnahme-Button drückt, dann fallen 60 Prozent Persönlichkeit weg, die gerade keinen Bock haben. Und nur so die 40 Prozent, die immer Bock drauf haben, Spaß zu haben, bleiben übrig. Und dann funktioniert das auch. Und wenn man sich da so ein bisschen reinbeißt und auch versucht mal zu gucken, okay, vielleicht kann ich auch an meinen Thumbnails was ändern, vielleicht kann ich auch meinen Titel noch so gestalten, dass es nicht gleich komplettes Clickbait ist, aber schon interessant wirkt. Ich meine, wir klicken nicht auf langweilig aussehende Dinge, man muss neugierig sein. True. Ja, und man kann sich super schnell hocharbeiten. Also wir haben immer noch YouTube, gerade in der Beauty-Szene, ich gucke da ab und zu mal rein und denke mir, wer ist das jetzt schon wieder? Der Kanal ist erst drei Monate alt. Woher kommen die Abos? DM-Hau. Oh, okay. Alles klar. Das wissen wir. Ne, krasse Sache. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Freunde, das war das Interview mit Honigball. Hier ist ihr Buch, kauft ihr einen Scheiß, kauft meinen Scheiß. Und habt ganz viel Spaß. Denkt auf jeden Fall auch dran, auf ihren Kanal zu schauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und am Sonntag, da gibt es was ganz Tolles um 20 Uhr. Und zwar die LNG-YouTube-Show. Ja, reinsteilen. Es ist super. Tschüss.